Im Süden Neubrandenburgs schmiegt sich ein Areal direkt an den Tullensee, das durch seine einstige Nutzung geprägt ist. Auch der Name Reparaturwerk Neubrandenburg hat sich in dem Kürzel RWN erhalten. Auf dem RWN-Gelände, früher ein geschlossenes Industriebetriebsgelände, sind heute nicht mehr nur vielseitige Betriebe und Unternehmen angesiedelt, es bietet in jüngerer Zeit auch eine Reihe von Künstlern eine Heimat. Plan ist perspektivisch ein attraktiv durchmischtes Gelände, das mehr von der Lage am See profitiert. Immerhin gibt es schon länger einen Yachthafen und auch Gastronomie darf da nicht fehlen. Deine Auszeit unter Freunden lautet das Motto in der Hafenstunde am Tullensee. Die Hafenstunde ist ausflugslokal und gleichzeitig Anlaufpunkt für zahlreiche Beschäftigte im Gewerbegebiet. Keine anderthalb Jahre nach der Eröffnung hat die Hafenstunde bereits einen treuen Kundenstamm gewonnen. Und das, obwohl das Geschäft immer wieder von Schließungen infolge der Corona-Krise unterbrochen wurde. Wir haben ja bis jetzt noch kein Jahr durchgezogen gehabt. Wir hatten ja immer halbjährliche Pause, dann kam Corona, erster Lockdown, zweiter Lockdown. Jetzt hoffen wir wirklich, dass wir durchziehen können, auch mal eine komplette Saison machen können bei uns. Die Hafenstunde morgens um halb acht. In der Küche beginnen die Vorbereitungen für das Frühstücksbuffet. An den Wochenenden hält das Lokal bis weit über Mittag ein großzügiges Frühstücksangebot vor. Jetzt in den Sommermonaten mischen sich unter die Stammkundschaft immer mehr Touristen. So oder so, wer sich im Innenraum am Buffet bedienen möchte, muss noch einige Regeln beachten. Also außen ist ja alles aufgehoben. Außen, den Abstand warmen wir trotzdem draußen. Ist ja keine Maskenpflicht. Alles, sobald es reingeht, muss man dann halt eine Maske aufsetzen. Reservierungspflicht. Also einen 24-Stunden-Test muss man auch dann haben. Wenn der nicht geht, weil sie irgendwo nicht hinkommen, machen wir natürlich hier vor Ort einen kostenlosen Schnelltest, machen die dann. Und dann wird kurz gewartet und dann können sie reingehen. Neben ihrem kulinarischen Angebot hält die Hafenstunde auch Übernachtungsmöglichkeiten vor. Doppelzimmer mit Seeblick und eigener Terrasse. Beliebt ist die Möglichkeit hier zu übernachten, auch bei Veranstaltungsgästen. Seit Eröffnung der Hafenstunde hat die Ausrichtung von Veranstaltungen sowie die Vermietung von Veranstaltungsräumen einen festen Platz im Unternehmenskonzept. Jetzt, nach den Lockerungen, kann dieses Standbein wieder richtig zum Tragen kommen. Wir werden quasi überrannt mit den Veranstaltungen. Wir sind dieses Jahr voll. Also wir haben, glaube ich, nur ein Wochenende frei, wo wir einen Veranstaltungsraum haben. Danach sind wir komplett voll. Uns ist ja letztes Jahr ganz viel ausgefallen, ob es Jugendwein sind, Hochzeiten sind, Geburtstage sind. Das ist uns ausgefallen. Wir sind froh, dass wir es dieses Jahr machen können, dass wir auch voll sind mit den Büchern. Das freut uns. Es kann wieder losgehen. Afterwork-Partys, Barbecue-Abende, Familienfeiern, Musikveranstaltungen mit Live-Act. Vieles ist in Planung oder steht schon fest im Kalender. Alle, die keinen Platz mehr im Kalender finden, kommen einfach so vorbei. Zum Frühstück oder Mittagessen. Mit Blick auf den Tullenzesee.